so hallo sind wir müssen uns zuerst einmal setzen wir müssen zuerst einmal setzen und zu verstehen was hier gerade vor sich geht und zwar es war einmal vor langer zeit ja hallo ich komme mit dem tag nicht runter das ist das ist ein total ein kopf jeden morgen wenn ich aufstehe problem das ding wird immer schneller habe ich das gefühl wir wollten euch eigentlich was beichten was denn ich sehe es nicht zwar ich weiß nicht ob ihr es schon wusste aber wir nehmen gerade sonst auf der forest auf und kelvin ist immer noch und chillen wo ist er überhaupt der chillt hier hey man kann sogar einen rückwärtsgang einlegen sagt mal kollege ich kann mit dem scheiß springen so eine geile kacke nochmals das ist so scheiß ja mal kurz kann ich jetzt hier trinken hast du es gesehen wahrscheinlich nicht aber ich bin rüber aber das ding ist wahrscheinlich rein geflogen kelvin hier ist der ganze kollege komm mal ran ja der kelvin der bootet sich gerade warum bootet sich der kollege die haben hier ein update gemacht von der ob da war vorher nie gras drin im wasser kann ich dich auch mitnehmen oder ist das ist jetzt nur so für die gut oder genau da war ja dann bleib halt da collected irgendwas gab es gab sie schon warte mal das muss ja alles weg ich will kein schilf vor der hütte da oben ist doch schön achtung nicht kelvin schlagen nö schön wieder weißt du wen ich vermisse die dame vom dienst vergi kommt wieder hallo vergi sie kommt mit dem ich habe ihr ja knick knack gegeben ich habe eine drei beinig und drei armigen tante die knarre geben die jetzt amok läuft ok und wenn wir das noch gibt dann läuft die komplett amok dann hast du ein roh ein autoboad auf mit drei beinen wo sind wir eigentlich stehen geblieben ich habe hunger keine ahnung mehr ich habe durst wie geht es nochmal mit dir runter gehen shift control oh ich kann im wasser nicht trinken ok äh gegenstand wegnehmen was ne alter warum ist hier jetzt ein boot unter wasser das war schon immer da das ding dreht durch das hebt gleich ab wenn du die geräusche sehen würdest ähm ja ähm keine aufklärung wir haben überhaupt keine ahnung mehr was abgehen ich glaube wir sind äh mittlerweile zwei updates updates drüber äh was für eine taste war das hier nochmals ähm und zwar wo sind wir stehen geblieben wir haben letztes mal eine höhle erkundet ja ich bin ja voll gut ähm ne sag mal kollege wie komme ich wieder runter äh ich bin doof äh shift oder e oder doppelt leertaste wer kommt auf so'n scheiß ich kann es ihnen nicht sagen dass der gegenstand weggelegen ist geh warum kann er es nicht auch bei dem scheiß die geht es sein so ähm ich brauche was zu essen äh virgi willst du dich mal kurz äh auf den grill legen feldration ich baller mir mal eine feldration rein ähm kann man der auch irgendwelche aufgaben geben nein ihr nicht sie kann sie spielt jetzt unser bodyguard mit der knarre hm immerhin ist die munition wenigstens unendlich bei ihr ja super kelvin ach so ist das ey der macht wieder seine arbeit ich glaube die zwei updates haben ihn repariert ähm boah der ist extrem cool ne ähm du hast ihn jetzt kaputt gemacht ich lass den mal wir haben ungeziefer in der hütte wir haben ungeziefer in der hütte heist drauf weg damit wo ist schon weg äh fischhäuser wir müssen unsere wir müssen unsere verteidigung vergrössern oder verbessern bis die ist noch ja ähm ähm der kelvin hat ganz viel stocks gesammelt ich lege noch ein paar fische auf ähm auf dem ding auf dem grill ja indoor grill ne ist bei uns angesagt oder ja das wär das wär was dann lege ich hier eventuell wenn wir noch haben nein das war die falsche richtung so nochmal übers knie und fertig das ist die richtige richtung ouch so ich hab hier fisch 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 und noch ein gutes stück fleisch vor der letzten session das ist noch nicht das ist noch gut das ist noch nicht vergammelt über die drei wochen nöööö das passt noch ja nice kannst du mal kurz kommen dann kannst du ihn auch verdienen hier dieser fisch der ist übrigens nein lustig der hängt ja halb in der hütte drin ähm wir wollten ja genau wir wollten unsere hut ja vergrössern generell auch so ein mal kurz bauen die gibt's bestimmt irgendwas oder ότι oder so gibt's nur dieses nomin ach warte 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 weisst du was hinzugekommen ist kochen genau sowas wollte ich einfache Holzsch...sch...sch...schlitten man kann jetzt einen Holzsch...schlitten bauen Junge endlich mal was kluges ik takiego spielen ich baue den mal auf der anderen seite ja da ist super du hast du ja irgendwie sechs oder sieben holz aber besser als zwei zwei und 27 stock also man kann holz schlitten bauen es gibt einen regenfänger den haben wir schon felspfad stockpfad regal das eigentlich nicht holzbank tisch stock steinlager stand knochenlager rüstungsstände deswegen keine rüstung haben eine federfalle was pflanzengefäß ok ich bin wieder ich bin wieder am anfang holz schlitten also zelt verstärktes feuer standfeuer schädel lampe stock strukturen verstärkte strukturen zaun einfacher boden türen bau den billo türen schloss nein sein brücke grundlagen der elektrizität feuerholz zelt also die grundlage der elektrizität anfasst macht dann hast du es verstanden so in der form etwas ziemlich einfach nur alle was was bist du da am bauen mit 75 stocks das ist der schlitten macht den komplexeren holz schlitten macht den einfachen also wenn schon denn schon er ist ein reh und ein slide hase und vielleicht gar nicht mal gesehen sorry leute die allergie kickt bei mir richtig hardcore rein immer noch ja schlitten wochenende so das ist aber besuch das ist geil hier wächst aloe vera ich glaube sie haben auch die spawn rate der neue die die respawn rate der abgeholzten bäume erhöht glaube ich die schießt auf den ding zeig mal ja toll du bist tot ja ich hab mich gewört sie wollte ich mich rächen ich bin schon wieder tot der tanzt jetzt um mich rum ne nö nö ich hab den schon so hallo warte mal vergie ist jetzt aggressiv keine ahnung warte mal guck ah ne nein ne nein warum muss der ah die fighten gegeneinander scheiße den hab ich der hat jetzt aber oh oh Junge wenn der jetzt gerade one hit one da gemacht hat joa mach nur was ist denn mit ihrer klare können wir der auch irgendwie so ein stromgewehr oder irgendwie was geben ja dafür müssen wir eins haben ja das ist klar das ist mir irgendwie klar aber ich renne mal der kollege kommt Ich fäll' einen Baum. Vielleicht bringst du ihn um. Keine Ahnung. Oh oh, er geht auf Kelvin. Shit. Auf Kelvin? Wo ist der da hinten? Ja, total was ihr seid. Egal. Er geht wirklich auf Kelvin. Das ist gut. Wir haben keine Probleme hier. Äh! Oi, 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 oi. Das Klapperding. Shit. Autsch. Ich hab fast kein Leben mehr. Ja, ich auch nicht mehr so viel. Ah, jetzt hab ich keine Pfeile. Shit. Oh. Du hast auf mich geschossen. Was, auf dich? Nee. Doch. Wie kann das sein? Du, warum kommst du jetzt zu mir? Die Dame kommt zu mir. Die muss doch einfach den Kollegen abschießen. So schwierig kann das auch nicht sein, oder? Kelvin steht wieder. Hier. Ja, perfekt. Also ich mach hier nicht mit. Ist mir jetzt scheißegal. Alter, der kann einfach durch das Haus durch. Ja. Was ist denn hier wieder los? Also wir spielen für drei Jahre nicht und dann sowas oder was? Autsch. Danke sehr, Virginia. Ich bin tot. Oh, Elastigirl hat mich mal wieder angegriffen. Irgendwie, ich weiß nicht. Das Spiel ist für mich aktuell gerade extrem entspannt. Obwohl gerade da hinten irgendwie was ist. Äh, wo hast du denn deine Waffe hingeschmissen? Ich habe keine mehr. Ne, ich meine die Dame. Hat sie nicht mehr? Das ist nämlich meine. Und hinten hat sie sie auch? Ah, jetzt hat sie sie wieder aus. Okay, die war aber nicht ausgerüstet. Das ist alles. Okay. Äh, ich komm zu dir. Wenn das möglich wäre. Das wäre mega. Mega.